Das Halsband, der Hals, der Geigenstrick. Laden, laden, laden. Es war fast klar, dass das Telefon wieder ringt. Kann es sein, dass wir hier vielleicht in einem Hotel oder irgendwas sind? Namaste. Alles klar. Das Einzige, was ich hier an dem Teil echt schön finde, ist, dass wir hier keine Latein haben, wo wir ständig irgendwas nachkippen müssen. Obwohl das schon irgendwie echt den Reiz ausgemacht hat. Alles klar. Hat die da ein Messer in der Hand? Oh, und eine Brust. Und was ist... Ich will gar nicht wissen, was sie da gemacht hat. Die Brust habe ich erst echt im Nachhinein realisiert. Also jetzt soll ich gleich denken, wobei... Oh, du Schwein. Stimmt's. Stimmt's. Oh, stimmt's. Mensch, ich renne an den ganzen Dingern vorbei. Können wir eigentlich mal alle anderen. Sieht so immer irgendwie, wenn ich zeitwechsle, ein bisschen freundlich aus. Ich habe keine Ahnung, was das so sehen soll. Und ich weiß auch nicht, warum es einen Grund gibt, warum wir hier rein können. Spiegelbild haben wir nicht. Das Klo können wir auch nicht gehen. Außer, das ist dafür gedacht, dass wir uns da drinnen verstecken. Ich denke mal, dass das hier eine bombastische Stimmung wird. Was? Eine Schweine, ja, ist klar. Wir sind hier in einer Schweinefabrik. Verteilungszentrum, natürlich, Schweinefabrik und Verteilungszentrum. Ich denke, ernsthaft, wir können dieses Schwein nehmen und durch die Gegend werfen. Was denken wir, dass wir da unten dann langen müssen? Kriegen wir das? Jo, dann kriegen wir es doch auch. Können wir, können jetzt tatsächlich was. Okay, ne, noch können wir hier nichts machen. Da muss bestimmt irgendwas hin. Gut. Dann würde ich sagen, wir holen den Bums einfach mal. Alter, jetzt. Oh, auf die zu bewegen, Mann. Ein Ausgang. Ob das aber vor allen Dingen auch jetzt der richtige Weg ist, würde ich interessieren. Also hier, es ist, ich finde es echt, also ich finde den Teil hier, man kann es ja wahrscheinlich als zweiten Teil direkt sehen. Aber hier scheinen wir auch richtig zu sein, ja? Weil hier sind die Kinder, die uns weiterleiten, also wir müssen eigentlich immer nur den Kindern folgen. Dann gehe ich jetzt nochmal ganz fix zurück. Dann habe ich beinahe das Gefühl, dass ich hier drinnen definitiv was voll gegessen habe. Also übersehen habe. Okay, also, ähm, hier liebte ich noch was. Okay. 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 Die Bayardstraße. Die Schweinefabrik und gleich nehmen wir an, das ist eine Kirche. Warum können wir ausgerechnet das Ding rausnehmen? Das läuft aber tatsächlich noch alles. Hat das einen Grund, warum wir das rausnehmen können? Oder muss das wieder rein? Ah, warte mal. So, können wir das jetzt irgendwie? Okay, ich bin gerade doch irgendwie verwirrt. Und jetzt ein kleines bisschen. Ich habe gerade doch tatsächlich echt keinen Dunst, was wir machen sollen. Als ob ich irgendwas übersehen habe. Der Bums würde sogar aufhören, wenn dieser scheiß Truck nicht hier stehen würde. Ja, leck mich hart. Kommen wir hier hoch? Nein. Können wir den scheiß aufmachen? Auch nicht. Ich habe irgendwas übersehen. So wie ich mich kenne, ist das schon alles mega eindeutig. Ach Gott. Ah, ja. Okay, ich weiß, was wir machen müssen. Also, das wäre jetzt so das, was ich mir vorstellen könnte. Dass es das ist. Ja, okay. Da ist immer halb durchs Fenster durchgepackt. Jetzt rennen wir nochmal zurück zu dem Bums. Dun 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 dun. Neben diesen scheiß hier mit. Mit dem wir natürlich wesentlich langsamer sind. Auch im Rennen. Ich hatte das Ding aber auch wirft, ja. Hallo. Okay. Er kann das Ding nicht behaufen. Ja, hin und dun dun. Jawohl. Perfekter Mund. Ich wette das Ding muss... Ja, na. Fakt. Fakt, junger. Fakt. 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 glättern den scheiß jetzt einfach durch machen gemütlich langsam die türen zu sparten den scheiß sparten uns hier raus wundern uns wo der blödsinn hin ist rennen wir dahin ich glaube zwar dass das falsch ist ja natürlich ist das falsch wo muss der scheiß jetzt hin und jetzt sagen ich muss wieder zurück mit dem kack ich will nicht und jetzt habe ich reparierte lkw also vermute ich drauf oder rein kommt da irgendwie nicht so das gefühl jetzt muss ich mal kurz lehn rennen blablabla griechen rotieren und das klub interaktieren ok werfen verschiedenes tagebuch jetzt da und mein tagebuch ok hier hat ein Was? Ich soll echt nochmal in den scheiß Maschinenraum?